Aber man weiß nicht, man lernt nicht, so genau zu filmen. Wenn Sie ja filmen und Sie sind fertig für dieses Jahr, Sie sagen, ich weiß, es soll ja sein. Und Sie sagen, ja, vielleicht, nein, ja, möglich. Und dann, Jahre nach dem, sagen Sie, ich weiß nicht, warum ich so traurig bin. Es ist nicht die Jungfrau, das macht sie traurig. Es ist die Altfrau. Ja, bitte versuchen Sie, jetzt, Sie werden sehen, die Wirkung ist außerordentlich ruhig und klar. Legen Sie sich an den Boden und versuchen Sie, die rechte Hand mit der Fläche am Boden und ohne mich allein. Ohne Bewegung. Nur viel, wie, was Sie von der Hand wissen, im Detail. Das heißt, die Entfernungen, welcher Teil liegt und drückt so und wie kommt das, dass es starker hier, weniger da. Nur konstatieren, nicht verändern. Es ist nicht, dass es gut ist oder schlecht ist. Wenn Sie die Hand so begreifen, dass Sie wissen, was Sie fühlen in der Haut. und dann, Sie sollen auch dieses im Raum, im Raum, das heißt, was der Boden sagt, was der nächste Mensch ist, wo das ist und was Sie innerlich an Sie fühlen. Wie weit ist das von Ihrem Mund? Wie weit ist das von Ihrem Fuß? Wie weit ist das von Ihrem Körper? Und warum diese Entfernung? Warum nicht eine andere? Merken Sie, die andere Hand ist entfernt anders. Dann sehen Sie, was passiert, wenn Sie an sich trauen und nur richtig, die rechte Hand, wirklich, nicht meine Stimme, Herr, aber machen Sie es mit Ihrer eigenen Absicht. die Distanz von den Händen, vom Körper, von den Füßen, von den Knien, von den anderen Leuten, wo Sie liegen, aber wie weit es ist, wie, was will Sie, kennen Sie es, der Druck, das Innerliche und das Äußerliche zusammenmischen und langsam verbessern, verleichtern, das Begriff. Versuchen Sie, ich werde zwei Minuten schweigen, ich werde eine große Anstrengung machen. Und jetzt, wenn Sie lachen, wird es leichter sein, das zu machen. Bitte.